Moin Freunde und willkommen zu diesem doch sehr überraschenden Video, zumal es heute mal wieder so ein bisschen um so Verschwörungsthemen geht. Ich bin ja gerade im Urlaub und habe dementsprechend mal Zeit mir mal wieder Sachen anzuschauen, wo ich sonst nicht zukomme und das hier fand ich super interessant. Ich dachte, das teile ich mal mit euch, zumal ich vor einigen Monaten für die Patreons bereits ein Video dazu gemacht habe. Es soll auch nur ganz kurz sein, aber vielleicht seid ihr da mal so ein bisschen im Bilde und könnt mal euren Senf dazugeben und mal schreiben, was ihr davon haltet. Alles nur Verschwörung oder könnt ihr da was dran sein? Wir werden uns gleich auch mal kurz einen Ausschnitt anschauen aus dem Video, das ich bereits damals gemacht habe. Ich würde sagen, bevor ich noch weiter rede, fangen wir einfach direkt mal an. Also, es gibt dieses Bild, das hier geteilt wurde bei X und zwar, wow, Jet McCaleb ist der Gründer von Ripple und Mitbegründer von Stellar. In welchem Zusammenhang steht dies nun mit der Partnerschaft von SpaceX und Vast? Jetzt startet Elon Musk X Payments und seit gestern folgt er nur noch 589 Leuten und hat über den Standard getwittert. Genau wie Brad Garlinghouse. Wird Elon Musk XRP als Zahlungsmethoden in X integrieren? Ich fände die Frage noch viel gelungener, würde sie lauten, wird er XLM als Zahlungsmittel akzeptieren oder mit einbauen? Denn darum geht es viel mehr. Außerdem muss man fairerweise sagen, ich blende es euch immer ein, mittlerweile hat Elon Musk von 590 Leute, denen er folgt. Also, dieses ganze 589 Leuten, die man folgt, ich sehe das eher als Scherz oder so ein bisschen als Joke von Brad Garlinghouse, der macht das ja genauso, blende ich auch mal eben hier ein, die 589 Leute, dass das einmal so ein bisschen am Zug aufspringen. Also, daran würde ich mich nicht festbeißen. Viel wichtiger ist aber, in welcher Verbindung das Unternehmen oder das Weltraumunternehmen Vast mit SpaceX steht. Und bevor ich da gleich zu anfange, gucken wir uns erstmal die Tweets an, die hier geteilt wurden. Also, einmal diese Grafik. Hier sieht man eben die Parallele zwischen diesen ganzen Firmen. Starlink hat eben das XSpaceX, denn die neue Plattform heißt X. Dann haben wir XLM, also XLM. Und wenn man sich das hier mal anschaut, sieht auch das Zeichen von X so ein bisschen ähnlich aus, zumindest von der Anordnung wie der Saturn-Strich da durch das Stellar-Zeichen. Das alles ist natürlich absolute Verschwörung und wir gehen hier einfach nur mal so ein Gedankenexperiment durch. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich interessant, weil Elon ja davon spricht, dass er die halbe oder das halbe globale Finanzsystem über X-Payments abbilden will. Und Jet McCaleb ist ja nun wirklich ein sehr, sehr interessanter Charakter. Hat Ripple gegründet, Stellar gegründet, damals große Plattformen wie zum Beispiel Mt. Gox, diese große Börse, die pleite gegangen ist. Auch die hat er gegründet. Untergegangen ist sie allerdings erst, nachdem er verkauft hat. Also er hat damit nichts zu tun gehabt. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der wirklich so eine Art Pionier ist. Und dementsprechend rechne ich ihm viele Chancen dazu aus, dass er auch in Zukunft relevant sein wird. Ist immer sehr im Hintergrund, aber hat unglaubliche Projekte, die er da vorantreibt. Und dieses Space-Projekt-Vast kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Jetzt werde ich euch mal einen Teil aus dem Video abspielen, das ich für die Patreons gemacht habe. Falls ihr Bock habt auf das ganze Video, und da geht es auch noch viel mehr um diese ganzen Themen zum Thema Lucifer und die ganzen Namen, woher die kommen und hier und da. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, dann könnt ihr sehr gerne bei Patreon joinen. Ansonsten würde ich sagen, kurz mal der Spot ab. Und dann gebe ich euch vielleicht nochmal mein Fazit dazu. Das Siegel Lucifer, es ist einfach mal das Emblem vom Google Play Store. Das ist doch heftig, oder? Also das finde ich schon extrem atemberaubend. Und jetzt können wir zu etwas heftigen, Freunde. Ihr habt ja, wenn ihr euch erinnert, die Begrifflichkeit Morgenstern vorhin gehört. Wir haben ja vorhin immer darüber gesprochen, dass er unter anderem die Begrifflichkeit Morgenstern innehat. Also nicht nur der Lichtbringer, sondern auch der Bringer der Morgenröte. Lucifer wurde aber auch mit der poetischen Bezeichnung des Morgensterns verbunden. Und jetzt zieht euch mal bitte folgendes rein, Freunde. Das hier ist so das typische Symbol für den Morgenstern. Es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel das hier, ja. Und passt auf, okay? Passt auf. Ihr kennt auch wahrscheinlich dieses hier, ja, mit dem Kopf von Baphomet drin. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Zieht euch mal das hier rein, ja. Also das Symbol des Morgensterns. Und jetzt, Freunde, zieht es euch einfach mal rein. Jetzt guckt euch mal an das Logo von Vest, von diesem Weltraumunternehmen von Jet McCaleb. Ich habe schon wieder Gänsehaut, Freunde. Unfassbar. Unfassbar. Ich wusste, ich kannte dieses Logo irgendwo her. Aber ich hätte es niemals damit verbunden. Vest, also auch hier, ja, seht ihr definitiv die direkte Verbindung zu dem Morgenstern, ja. Und das ist also eine weitere Verbindung. Wir haben also nicht nur bei Jet McCaleb die direkte Verbindung zum Planeten Saturn. Wir haben nicht nur in der ganzen Kryptowährung Stellar, Lumens, aufstrebender Stern und Lucifer bzw. Lumens, Lichtbringer, Licht. Wir haben sogar bei seinem Weltraumunternehmen, ja, die direkte Verbindung zum Morgenstern. Unfassbar. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, die direkte Verbindung zu SpaceX. Einige glauben ja, dass Elon Musk der größte Philanthrop wäre und absolut nichts mit den ganzen Leuten zu tun hätte und sein eigenes Ding macht. Und das, was er da anhat, das war irgendwann im Halloween-Zater, da hat er ein Kostüm angehabt. Das Kostüm, was er dort trägt auf seinem Anzeigebild symbolisiert Satan. Dazu auch die Namen für seine Kinder sind doch sehr seltsam gewählt, ja. Auch das X für die 24. Eines seiner Kinder heißt einfach mal X. Ja, die gehören also alle oder waren alle Teile von SpaceX. Also da seht ihr mal, das sind also nicht irgendwie Partner, diese Unternehmen, die mal gemeinsam ein Bierchen zusammen trinken, sondern das sind wirklich direkte Partner, die gemeinsam Hand in Hand arbeiten. Also dürft ihr davon ausgehen, dass wenn Jet McCaleb sowas plant oder solche großen Ambitionen hat, dass da dementsprechend auch seine ganzen Partner, unter anderem eben auch Elon Musk, der spätestens über SpaceX mit ihm kooperiert, definitiv wahrscheinlich auch irgendwann mal irgendwas zu der Thematik bringen werden. Vielleicht wird XLM irgendwann mal relevant, vielleicht sogar bei X.com, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall behaltet das mit dem Hinterkopf. Hier ist auf jeden Fall eine fette Connection. Also ich hoffe, die Videosequenz hat euch gefallen. Hier könnt ihr auf der Homepage auch das Ganze nochmal selber überprüfen. Es ist tatsächlich so, dass dieser Morgenstern, also dieses Logo doch sehr dem Morgenstern-Logo ähnelt, würde ich einfach mal behaupten. Und wir sehen hier die direkte Connection zu SpaceX. Wenn man noch ein bisschen tiefer gräbt, findet man auch noch heraus, dass viele, viele Leute eben, wie schon gesehen, vom Team dort arbeiten oder gearbeitet haben bei SpaceX und dementsprechend also wirklich tiefgründiges Know-how haben und auch da eine gewisse Symbiose ist zwischen den beiden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich kann man sehr viel hineininterpretieren, aber es ist doch schon sehr überraschend, dass gerade jemand wie er, der ja eigentlich aus dem Crypto-Game kommt, auf einmal anfängt mit Weltraum. Und auch das Gleiche ist eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie die von Elon Musk. Der hat ja auch damals mit dem Thema Finanzen mit X.com angefangen. Dann hat er das Ganze umfilmiert damals in PayPal und ja, heute wieder das Ganze rückgängig gemacht sozusagen. Also das war es, oder ich sehe da sehr, sehr viele Parallelen und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn X größer wird und wirklich diese Finanzplattform wird, von der so viele Leute reden, werden sie mit Sicherheit Dogecoin einbinden. Ich meine, das liegt ja irgendwo auf der Hand. Das ist ja so Elon Musk-Ding. Ja, die ganze Zeit auch schon über diesen Memecoin geredet, seit Jahren sich dadurch auch viele Freunde, aber auch Feinde gemacht. Von daher glaube ich schon, dass da irgendwas kommen wird im Bereich Dogecoin, aber eben auch hier die ganz klare Parallele. Und Stellar Lumens bzw. XLM ist ja nun mal auch ein sehr vielseitiges Netzwerk. Sehr bekannt, sehr lange schon dabei, haben also auch schon viel Erprobungszeit. Und ja, parallel zu dem Ripple Ledger oder zu dem XRP Ledger, der ja noch länger aktiv ist und ebenfalls fehlerfrei läuft und so weiter. Glaube ich, sind das gute Möglichkeiten. Ja, jetzt könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das Ganze seht. Sagt ihr absolute Verschwörungen, sinnloser Kram oder denkt ihr, dass eventuell tatsächlich XLM ein Teil werden könnte von diesem ganzen X.com Payments oder X-Payments? Ich bin sehr gespannt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, dieses doch etwas andere Video hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Tschau! Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.